Jo, hallo, mein Name ist Larry Nathausch, begrüße euch heute mal recht herzlich zurück wieder. Ich lese heute einen Text vor, der Titel ist Deutsche Sprache, hallo, was geht, alles gut. Da einige sich das so gewünscht hatten, dass ich mal etwas vorlese, also nicht in meinen Kommentaren, sondern andere Personen bzw. meine Stimme mal ganz angenehm fanden, wenn sie die im Hintergrund gehört haben, während ich etwas vorgetragen habe oder vorgelesen habe. Und deshalb habe ich gedacht, lade ich einfach so ein Video hoch. Es wird auch einen Blackscreen geben, vermutlich, ja. Dann beginne ich jetzt. Das Deutsche ist eine reichhaltige Sprache und auf der ganzen Welt verbreitet. Aber mit der Sprachbeherrschung im Einwanderungsland Deutschland sieht es derzeit schlecht aus. Ein Gastbeitrag. Vom 11.08.2016 von Roland Kehlbrand. Das Deutsche gewinnt wieder an Bedeutung. Im Ausland verzeichnen die Goethe-Institute ein steigendes Interesse an den Sprachhosen. Auch weit entfernt von den Kernländern der deutschen Sprachgemeinschaft steht das Interesse an der Sprache Goethes, etwa in Brasilien, Vietnam oder in China. In Deutschland selbst herrscht derzeit, selten genug, die einhellige Meinung vor, das Deutsche müsse so rasch und so gut wie möglich an die vielen Einwanderer vermittelt werden, die täglich aus fremden Kulturkreisen und anderen Sprachgemeinschaften in das Land strömen. Die Fehler der 60er und 70er Jahre dürfen nicht wiederholt werden, denn viele Einwanderer würden wohl nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren. Aber ist das Erlernen des Deutschen nicht eine Zumutung? Wer in dem Buch Wörter und Regeln des kanadisch-amerikanischen Kognitionswissenschaftlers und Linguisten Steven Pinker stöbert, der stößt auf ein besonders amüsantes Kapitel, es heißt Die Schrecken der deutschen Sprache. Es ist ganz im Geist jenes berühmten Zitates verfasst, das man Mark Twain oder auch Oscar Wilde zugeschrieben hat. Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen. Pinker beugt sich über die Verbform sowie die Pluralform der deutschen Substantive und stellt eine für ihn erschreckend große Formfülle fest. Als Deutschsprachiger ist man bei der Lektüre fast schon versucht, zu sich selbst aufzublicken angesichts der Tatsache, dass man offenbar besonders intelligent sein muss, wenn man diesen Formreichtum spielend beherrscht. Aber zugleich denkt man voller Mitgefühl an all jene, die das lernen sollten. Im Gedächtnis haften bleibt das auch sonst immer wieder gehörte Urteil, dass Deutsche sei schwer, umständlich und unzugänglich. Und daher eigentlich auch als Fremdsprache und gar als grenzüberschreitende Sprache oder auch als Wissenschaftssprache beispielsweise dem Englischen unterlegen. Deutsch für die guten Schüler Das Urteil über die schwierige deutsche Sprache hat etwa in Frankreich dazu geführt, dass das Deutsche eine Stellung wie in Deutschland das Latein oder das Altgriechische einnimmt. Nämlich als Sprache pour les très bons élèves, für die besonders guten Schüler. Auch ist es alles andere als hilfreich, wenn es darum geht, Menschen zum Erlernen oder im eigenen Land zur Beibehaltung des Deutschen zu motivieren. Aber ist diese Sprache dann wirklich so schwer, kompliziert und durchdringlich kaum erschließbar? Das Deutsche kann einen sehr großen Wortschatz. Der Bericht zur Lage der deutschen Sprache aus dem Jahr 2013 nennt eine atemberaubende Zahl. 5,4 Millionen Wörter. Warum ist der deutsche Wortschatz so umfangreich? Wegen seiner fast unbegrenzten Kombinierbarkeit. Das Deutsche lädt geradezu dazu ein, neue Wörter aus bestehendem zusammenzusetzen. Man hat es deshalb auch Legosprache genannt. Der Vorteil aus den zusammengesetzten Wörtern kann man meist die neue Bedeutung sofort herauslesen. Man erkennt aufgrund des Wissens über die Deutung von Kind und Arzt auf einen Blick die Bedeutung des neuen Begriffs. Wenn man die Kombination von Kind und Arzt einmal gefunden hat, kann man alle anderen Bezeichnungen für die Arztberufe genauso konstruieren und verstehen. Frauenarzt, Zahnarzt, Tierarzt, ja sogar bis zum komplexen Hals-Nasen-Ohren-Arzt reicht die Spannweite. So kann der Deutsche Wortschatz beliebig erweitert werden. Das ist ideal auch für wissenschaftliche und technische Begriffe. Natürlich verführt so etwas auch zu Wortgetümen wie dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz, aber immerhin alles unter einem Dach. Sprache muss sich eine ändernde Welt in Worte fassen können. Ich sammle gern neue Wörter und häufig stoße ich dabei auf solche Kombinationen. Auf zwei neue Kreationen wurde ich bei der Lektüre dieser Zeitung aufmerksam. Eines ist der Wildbinkler. Er eröffnet zugleich ein weites Wort für zum Beispiel den Wildparker. Immer wenn jemand etwas unkontrolliert in die Natur hinein verfrachtet oder sich an nicht dafür vorgesehenen Ortenstörungen bemerkbar macht, kann nun die Vorsilbe wild verwendet werden. In dieser Reihe passt auch eine Kreation aus einem Frankfurter Vorort. Der Fremdhund Fremdhunde sind einmal herrenlose Hunde, aber in Neumstrau-Rachbauch auch solche, die zu ihrem Geschäft nicht etwa in die Wohnortnähe des Halters ausgeführt werden, sondern auf den Wiesengrund des Nachbarortes. Angesichts des Sittenverfalls, was Mühe und andere Entäußerungen betrifft, bietet das Deutsche also bestens geeignete, flexible Bezeichnungstechniken an. Ein großer Vorteil, denn eine Sprache muss die Welt, wie sie sich auch immer ändern mag, in Worte fassen können. Ein anderes Beispiel für mühelose Wortbildung ist der Erfahrungsjurist, als welchen sich vor einiger Zeit der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer bezeichnet. Was kann dem folgen? Der Erfahrungsökonom, der Erfahrungsgeneral, der Erfahrungsanleger bzw. die Erfahrungsanliegende. Ohnehin ist das Deutsche sehr produktiv in der Schaffung neuer Typen. Und damit hilft die leichte Kombinierbarkeit. Neu sind aus den Nullerjahren der Mautpreller, der Mietnormale, der Frauenversteher. Aktuell ist auch der Russlandversteher. Kombinationsfreudigkeit macht Genauigkeit. Die Kombinierfreudigkeit des Deutschen erleichtert die Genauigkeit des Ausdrucks. Man nimmt einmal die Wortfamilie des Verbs gehen. Was kann man da nicht alles an Verortungen im Raum finden? Angehen, ausgehen, weggehen, aufgehen, abgehen, entgegengehen, untergehen, hinaufgehen, hinuntergehen. Das Wortfeld der Bewegungsverben und der Verben der Bewegungsart ist im Deutschen riesig. Zum Beispiel das Verb laufen mit seinen Ableitungen, anlaufen, entlaufen, verlaufen, überlaufen, entgegenlaufen, unterlaufen und so weiter. Man kann diese Genauigkeit fürchten, gerade wenn es um Wörter wie herunterfallen oder hinaufsteigen geht. Oder man kann sie bewundern. Jedenfalls ist sie einfach herzustellen und zu verstehen. Die Kombinierbarkeit des Deutschen Wortschatzes bringt aber auch wunderschöne Wörter hervor, die aus der Kombination einfacher 7 eine sehr besondere neue Bedeutung schaffen. Anschmiegsam, unantastbar und unnahbar gehören zu diesen schönen Worten. Mein Lieblingswort ist anschmiegsam. Es ist ein regelrechtes Sprachkunstwerk. Aus drei einfachen Wörtern ist anschmiegsam gebaut. Im Wortkern das Verb sich anspiegen, dann das Adjektiv suffix sam, das ist möglich ein Verb in ein Adjektiv umzufangen und im Verb selbst die Vorsilbe an, die die räumliche Nähe zwischen zwei Personen zusätzlich unterstreicht. Im Gegensatz zu anderen denkbaren Vorsilben wie auf oder ab. Anschmiegsam ist nicht nur in der Geste schön, die das Wort bezeichnet, sondern auch im Klangbild. Hinzu kommt die Abbrenzung in der Bedeutung gegenüber formverwandten Verben wie Anliegen. Anschmiegsam ist eben nicht nur Anliegen, sondern es bringt eine größere Nähe, fast Intimität zum Ausdruck. Es sind Zusammensetzungen dieser Art, die es in Deutschen möglich machen, so viele feine Unterschiede zu benennen und damit letztlich auch zu schaffen. Es sind sprachlich geistige Schöpfungen, die wir in der Wortbildung hervorbringen. Sie sind keineswegs trivial, auch wenn sie so leicht fallen. Die Wortbildung ist ein elementarer Vorgang, denn in den Wörtern erfahren wir die Welt, in ihnen bestimmen wir unsere Welt und mit ihnen sprechen wir über unsere Welt.